Guck mal, der Adi hat jetzt sein eigenes Zimmer und sein eigenes Bett. Ist es nicht schön, dann liegt er jetzt hier den ganzen Tag im Bett oder sitzt oder macht oder tut. Anton und da ist Anton. Hat er jetzt gar keinen Bock drauf. Perfekt. So im Rewe haben sie jetzt Gönnergy im Angebot gehabt für einen Euro. Konntet ihr euch Gönnergy mitnehmen? Für einen Euro. Es ist so schlimm. Ich kann das einfach nicht trinken. Ich kaufe es mir komischerweise öfters. Aber es schmeckt jedes Mal so schlimm. Kauft keinen Gönnergy. Er trinkt mehr Mineralwasser. Das ist viel besser. Es brennt schon alles auf der Zunge. Im Rachen alles. Diese Säure. Das ist so richtig. So wie jeden Donnerstag wenn Raid Boss Wechsel ist, holt sich Pupsi diese Wedges mit Schuhcreme da drüben bei dem Imbiss. Das ist ein Finger. Ist das hier. Mann ey. So willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Eine neue Folge Pokemon Go. Wir wollen wieder einen weiteren Community Raid machen. Denn der nächste Raid Boss Wechsel findet statt. Cobalion ist weg. Terrakium ist in den Raids. Wir sind irgendwo am Arsch der Welt. Hier ging es die ganze Zeit bergauf. Da unten geht es so weit bergab. Hier in der Mitte ist einfach so ein Kreisel. Das sieht ja richtig gut aus muss ich sagen. Da ist eine kleine einzelne verlasene Bushaltestelle. Hier stehen schöne Häuschen und so. Wir müssen aber noch ein Stück dorthin zu der Arena. Die Arena hatten wir schon mal bei den Elite Raids. Met Hoopa war das glaube ich. Da sind wir bisher hochgefahren. Weil da der erste Raid aufging um 11 Uhr. Wir den gemacht haben im Livestream. Damals habt ihr die Umgebung vielleicht nicht gesehen. Jetzt kann ich euch heute die Umgebung mal ein bisschen zeigen wie das hier so aussieht. Hier geht es auch noch mal weiter berghoch. Überall berghoch. Da ist wieder eine Sackgasse. Und am Ende ist das hier alles am Ende. Also am Ende von Meiningen ist das irgendwie so am Arsch. So am Waldrand. So auf dem Berg. Was ich noch lustig finde, als ich ausgestiegen bin, habe ich hier eine Maske gefunden. Guck dir das mal an. Was ist das denn? Ist das Batman oder was? Batman! Und hier steht auch drauf Justice League and all related Characters and Elements. Das kann man bestimmt. Sie werden das jetzt nicht direkt aufsetzen, aber das kann man sich so vor das Gesicht halten. Und dann so Batman! Guck dir das an. Batman in the house. Ja, wir legen es mal wieder hin. Weil es ist ja nicht unseres. Und hier haben wir damals geparkt. Haben gestanden. Und dann kam da hinten da aus dem Haus ein Mann raus und hat gesagt, macht ihr jetzt den Raid? Und hat dann einfach den Raid mitgemacht. Und hat gesagt, er ist hier zu Besuch. Und hat gesehen, da geht so ein Elite-Raid auf. Und dann hat er den mit uns gemacht. Das war richtig cool. Jetzt muss ich aber erstmal meine Showcase-Belohnungen abholen. So auf dem Weg hierher habe ich mit Pupsi sogar schon zwei Team-Aufgaben gelöst. Einmal war das 20 Pokestops drehen. Das hat mein Gottscher nebenbei gemacht während der Fahrt. Sie hat das halt als Beifahrer, konnte das so machen. Das andere war 25 Pokémon fangen. Das Gottscher wieder erledigt. Sie hat das so gemacht. Jetzt möchte ich aber erstmal den Showcase von gestern abholen. Da war ein Tag lang Showcase mit den drei Paldea Startern. Ich bin dreimal auf Platz 1 gelandet mit Krugel, Filori und Quacks. War aber nicht schwer. Und den meisten saß ich eh alleine. Das heißt, es gab keine Konkurrenz. Sie haben da wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass es überhaupt einer war. Denn der ging früh um 10 los. War 20 Uhr schon wieder direkt vorbei. Und ich glaube, heute ist sogar der nächste. Ich habe nämlich gelesen, dass heute bis 20 Uhr auch einer sein soll. Was ich nicht verstehe. Denn auf der einen Grafikstand 22 bis 24. Aber heute ist der 23. Heißt das, morgen ist auch einer. Machen die jetzt drei Stück jeden Tag. Das wäre gut, um dann eine Platin-Medaille vielleicht zu bekommen. Wenn man öfters auf Platz 1 ist. Denn ich brauche die Platin-Medaillen für mein Level 50 Aufstieg. Hier ist wieder ein Log-Modul dabei. Das freut mich sehr. Die nutze ich in letzter Zeit oft. 15.000 Erfahrungspunkte. Hier können wir noch was abholen. Und ansonsten ist hier die nächste Aufgabe. Guckt mal, die nächste Aufgabe ist fertig. Wir sind nämlich auch wieder im Team. Pupsi hat zwei Pokémon gefangen. Genaya 22 und Linus 26. Und ich habe ganze sage und schreibe null Pokémon gefangen, weil ich ja da rumgerannt bin und habe mein Intro gefilmt. Was haben wir jetzt? 28 mit Wetterverstärkung. 4 Rates gewinnen. 50 Bären. Ich nehme mal das. Das ist unlösbar, weil das ist bestimmt... Ah, da sitzt schon eins mit Wetterverstärkung. Genial. Wir warten jetzt noch zweieinhalb Minuten, bis der Rate aufgeht. Das müsste Terrakium sein. Ich habe gestern auch im Community-Tab wieder mal die Conda-Liste gepostet für Terrakium. Das sieht alles so kompliziert aus, weil YouTube immerzu alles Mögliche umstellt. Hier Terrakium, Rates der Stufe 5. Ich würde die eine Woche jetzt jeden Tag den Pass für Terrakium machen. Meine Sonderbonbons, die ich gerade habe, 100 Stück, ins Terrakium packen, weil das finde ich cool. In das beste Terrakium, was ich dann habe, das würde ich vielleicht dann ein bisschen... Das Ding ist also, Kampf und Gestein hat Schwächen. Alles. Hat Schwäche gegen Kampf, Boden, Stahl, Wasser, Pflanze, Psychophäe. Das klingt so, als kann das nichts, weil einfach alles gut gegen S ist. S selber ist aber trotzdem stark und richtig genial. Die meisten Conda habe ich eh nicht. Ich habe keine Mega-Entwicklung und ich habe keine Legendären. Auf meinem Free2Play-Account, ich habe also nichts. Und ich habe eh eine Aufgabe, dass ich mit sechs unterschiedlichen Pokémon 30 Raids machen muss. Ich muss nur immer daran denken, das auch so mitzunehmen. Hunderter-Wert ist 21,13 und 26,41 mit Wetterbrust. Und hier habe ich noch gefragt, ob jemand aus Rostock kommt. Den Pupsi hat heute Urlaub gebucht für nächstes Jahr Juni in Rostock. Wenn man eh einmal in Rostock ist, vielleicht ist ja jemand auch in Rostock. Dani der Dicke, Dani glaubt, Dani Review, BisaFanTV ist alles der Gleiche. Vielleicht sieht man den da. Ich sage aber nichts. Ich gucke einfach mal und dann... Ja. So, jetzt geh mal raus. Gleich müsste der Raid losgehen. Ich habe den, wie gesagt, wieder in die Telegram- Raid-Gruppe gepostet. Das mache ich jetzt immer so, weil dann nämlich die Leute einfach mich adden können und ich muss nicht jeden adden und habe Zeit, mein Zeugs in Ruhe abzufilmen. Wir haben dann hier dabei Borki, Creeper, Pogahanda, Matze, Nottlan, Johannes, Spex, Wegodat, Scheffe, Henry, Niki und Schnibitza plus Leute vor Ort. Jetzt muss ich aber noch kurz die mir aufschreiben und dann melden wir uns gleich zurück, wenn der Raid losgeht. So, damit ihr eine andere Perspektive habt, habe ich mich jetzt hier auch auf die andere Seite gestellt. Ich gehe jetzt mal auf den Raid. Ich hoffe, dass da noch keiner drin ist, denn ich muss zehn Leute einladen. Ich gehe jetzt öffentlich rein. Pupsi übernimmt die Nudel und sich selbst. Gehe jetzt hier auf Einladen. Habe mir jetzt die zehn Leute hier eingespeichert. Matze, Pogahanda, Scheffe, Johannes, Schnibitza. Ich muss dann kurz warten. Dann nochmal die anderen fünf. Ich hoffe, dass dann alles ankommt, dass kein Fremder irgendwo rumwustet und da was wegnimmt. Und ihr seht ja, hier ist Fee, da ist Kampf. Ich bräuchte aber eigentlich ein Team, was aus sechs unterschiedlichen Pokémon besteht. Was nehme ich denn? Fee oder Kampf? Ich glaube, Kampf habe ich, glaube ich, mehr Auswahl. Ich werde gleich nochmal Kampf eingeben und werde dann einfach sechs unterschiedliche Kampf-Pokémon da reinschicken. So, jetzt kann ich den Rest einladen. Ich gehe also wieder hier drauf. Habe dann, jetzt steht Borki auf einmal hier, Spex, Wego, Dat, Creeper, Henry, Nicky. Wieso hat sich die Reihenfolge geändert? Ich habe doch gerade eingegeben, waren fünf und eigentlich müssten unten fünf sein. Wieso ist Borki dazwischen? Nicht mehr fünf. Jetzt geben wir mal hier einen Kampf. Machen nach WP sortiert. So, Kampf. Ja, der hat zwar Nahkampf, aber der hat Wuchtschlag. Wir nehmen mal einen Meistergriff mit. Wir nehmen ein Machomai mit. Wir nehmen einen Haryama mit, einen Skaraborn, ein Lucario hätte ich nehmen müssen. Wir nehmen Lucario vornherein. Ich brauche nämlich noch für die Teamforschung fünf Moves. Fünf Moves. Fünf sehr effektive Ladeattacken in einem Teamkampf und das kann man da auch machen. Jetzt habe ich ja sechs unterschiedliche Pokémon. Das müsste so eigentlich funktionieren. Wir sind zehn bereit, 18 Leute drin. Ich hoffe, es hat alles gepasst bei jedem. Sechs unterschiedliche Pokémon. Ich vergesse das jedes Mal. Das ist auch für ein Level Up, dass man 30 Raids gewinnen muss mit einem Team, wo sechs unterschiedliche Pokémon sind. Also das müssen, ne? Ihr könntet auch natürlich, aber ist ja, wir hauen jetzt einfach mal drauf. Gucken mal, was passiert. So, wir haben jetzt hier Steigerungshieb. Steht zack, effektiv hoffentlich. Super effektiv. Wir tun mal jetzt hier den Teambonus aktivieren. Ist nicht geglückt, es ist einfach tot. Lucario, was machst du denn? Ja, es ist, was willst du erwarten mit 18 Leuten? Jetzt hat aber hier drei von, ich verstehe es nicht, gestern stundenlang rumgewühlt. Es hat nichts dazugezählt. Jetzt hat es eine sehr effektive Ladeattacke dazugezählt. Ich habe doch mit Lucario bestimmt zwei Stück mindestens gemacht und mit Machomai auch noch mal eins. Es zählt aber einfach nur einmal dazu. Macht für mich gar keinen Sinn, muss es aber auch nicht. Ich habe vorhin Arena angegriffen mit Pupsi, da hat es auch dazugezählt. So, jetzt gucken wir mal rein. Gucken mal, ob jemand einen Shiny hat. Gucken, ob jemand ein Gutes hat. Wer das Beste hat und wie sich es fangen lässt. Und für mich wäre das beim Pokédex Eintrag. 25,64. Wie viel hast du? Also beide besser als meine 26,09. Ist bei ihr das Beste. Wir versuchen das jetzt mal hier zu fangen. Silberne Beeren habe ich nicht. Wir nehmen einfach die goldenen. Wir curven. Beim ersten curven wir einfach wild drauf los. In der Hoffnung, dass das den Kreis einstellt und dann verhält. Beim ersten bin ich nicht geduldig, gebe ich zu. Beim ersten mache ich einfach immer irgendwas. So, ist der Kreis jetzt eingestellt. Wir probieren es mal. Werfen wir jetzt immer, nachdem der Boss angegriffen hat, werfen wir rein, dass er den gar nicht mehr abwehren kann. Der Kreis ist so groß. Das passt also für einfach fabelhaft. Das ist auch wieder ein gemütlicher Boss, sage ich mal. Der hüpft zwar oft hoch, aber er geht wenigstens nicht nach links und rechts wie Kyokre. Das finde ich so nervig. Der hüpft ab und zu, aber der greift auch oft an und ansonsten hat er trotzdem eher ein ruhiges Wesen. Der macht keine Rückwärtssaldo. Der fliegt nicht. Ich finde, Lugia zum Beispiel fand ich so extrem hibbelig und zippelig und zappelig und babbelig und ne. Also Terracium kann man sehr gut fangen. Also treffen zumindest. Kann natürlich sein, ihr habt 19 Bälle. Ihr werft 19 mal fabelhaft und er fliegt trotzdem. Dann könnt ihr nichts machen. Dann habt ihr alles gemacht. Also immer goldene Himbeere und einfach fabelhafte Curveball ist einfach das, was die höchste Fangchance garantiert. Trotzdem kann es sein, dass er flieht und ausbricht. Jetzt bräuchte man eine Aufgabe mit 30 fabelhafte Würfe. Wenn ihr da zu viert im Team seid und jeder macht 10, dann habt ihr 10 zu viel. Dann habt ihr nämlich 40 statt 30. Das muss man auch mal erklären. Manchmal ist weniger reden glaube ich auch gut, aber ich rede halt dann doch noch ein bisschen dazu, damit es einfach anders wirkt. Außerdem, wieso habe ich meinen Pokémon-Cabby nicht auf? Ich habe da eigentlich immer ein Pokémon-Cabby auf. Aber wenn ihr was anhabt mit Kapuze, ist es voll dumm, wenn sich das Pokémon-Cabby irgendwie da hinten reinhängt. Das ist jetzt so ein Pokédex-Eintrag. Das ist richtig stark. Ich wollte doch das Batman-Bild als Bild machen. Das funktioniert auch wieder nicht. 10, 14, 11 Meiningen. Linus hat das Team verlassen. 100 Pokémon von Einall. Das ist sehr schön. Haben wir hier noch Wetterboost-Pokémon drauf? Ja, hier ist doch eins. Guck mal, Bedenne hat Wetterboost. Das können wir doch jetzt einfach hier noch wegsnacken. Daneben sitzt noch ein Bubungus. Das können wir doch auch wegsnacken. Es ist winzig. Da. Der Tic-Keks-Lord hat eingeladen. Der Speck ist superfreund geworden. Ich hoffe, das ist vom Tic eher so eine Art Gruß. Servus Ramses, ich denke an dich. Ansonsten fände ich es schade, dass immer noch keiner gemerkt hat, dass ich einfach keine Einladungen mehr annehmen kann, weil ich keine Fanrate-Pässe habe und mir auch keine hole, weil ich ja Free-to-Play jetzt spiele mit dem Account und es nicht mehr einsehe, irgendwas auszugeben. Also kann ich niemals einen Fanrate machen. Ich könnte niemals eine Einladung annehmen. Ich kann nicht mehr mit euch zusammen spielen. Ihr könnt mit mir spielen, aber ich kann nicht mit euch spielen. Das ist schade. Die haben keine Wetterbrust. Hast du beides gefangen? Was war denn der 26er? Ist es der, der da liegt? 15, 10, 15. Geht also besser, geht schlechter, geht alles. Ist jetzt nur hier Showcase noch da. Jetzt muss ich mal hier reingucken. Melde dich bei Showcases an. Also ich glaube, heute ist wieder einfach 10-20 Uhr Showcase. Morgen ist auch wieder 10-20 Uhr Showcase. Immer mit den drei Startern. Finde ich gut. Leider habe ich gestern alle weggeschickt, weil ich dachte, das hat sich erledigt. Aber hier sitzen ja welche, die kann man ja fangen und kann das neu machen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Hier sitzt noch ein wildes Genaya. So, machen wir mal hier so. Dann haben wir hier noch ein wildes Hannes. Das ist auf jeden Fall, ihr kennt die zwei Pferde im Stall. So, immer daneben geworden. Das war es von meiner Seite aus. Habt ihr ein gutes Terrakium aus der Vergangenheit bekommen vielleicht? Habt ihr schon eins? Habt ihr jetzt eins gemacht? Werdet ihr Terrakium raiden? Habt ihr Shiny? Der Main-Account hat in 100% Glücks. Terrakium auf Level 50. Das hieß Matze, weil ich das aus einem Glückstausch von Matze in Nordland bekommen habe. Ist jetzt halt nicht mehr. Ist jetzt nicht mehr, aber das ist eins. Da würde ich jetzt die Woche raiden und jeden Pass da reinstecken. Also sieben Raids machen sozusagen. Und dann ist das wenigstens irgendwas. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.